Hallo, wir sind Petra Tempfer von der WZ und Bernd Vasari von der WZ. Wir arbeiten ja gerade an ganz neuen Podcast-Folgen, die ab September online gehen. Und bis dahin haben wir für euch die acht besten Folgen unseres vergangenen Podcasts herausgesucht. Die wurden von Missing Link produziert. Stimmt. In der letzten Folge habe ich mit Philipp Madertan darüber gesprochen, wie man erfolgreich sein eigenes Unternehmen aufbaut. In dieser Folge sprichst du mit dem Juristen Anton Fischer, wie oft man beim Radfahren Gesetze bricht, ohne es zu wissen. Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, also was mir wirklich jetzt gleich einmal in Gedächtnis geblieben ist, war, dass für E-Bikes ganz spezielle Regeln gelten. Es gibt ja immer mehr E-Bikes, dass sie zum Beispiel nicht schneller als 25 kmh schnell fahren dürfen, weil dann sind sie nämlich schon Mopeds. Also es gelten für Fahrräder generell sehr, sehr viele Regeln. Wie bei Autofahren eigentlich? Okay, das wusste ich nicht. Und was ist, wenn mich jemand im Verkehr schneidet? Darf ich dann zumindest fragen, ob er teppert ist? Na, leider auch nicht. Das ist strafbar bekannt. Okay. Ja, also es gibt ganz schön viel zu bedenken, aber das hört ihr alles in der aktuellen Folge. Hallo Anton. Hallo, hallo Petra. Freut mich wieder hier sein zu dürfen. Und ich glaube, das Alpaka ist auch wieder mitgekommen. Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ. Und zu dem Thema Fahrradfahren und wie es rechtlich so dabei ausschaut, habe ich auch eine WhatsApp-Nachricht vom 28-jährigen Kevin hereinbekommen. Vor ein paar Wochen habe ich aufgehört, mit dem Rad zur Uni zu fahren, weil meine Bremsen nicht mehr so gut funktionieren. Müsste ich eine Strafe bezahlen, wenn mich ein Polizist aufhält? Also Anton, was müsste man generell bedenken, wenn man mit dem Fahrrad auf der Straße im Verkehr unterwegs ist? Wie muss es beschaffen sein? Das ist dieser Tage wirklich eine gute Frage, Petra. Du hast vorher gesagt, du hast deine Katzenaugen verloren und dein Licht dürfte auch nicht mehr das Allergängigste sein. Es ist wirklich eine gute Frage, was ein Fahrrad so können muss, wenn man jetzt schaut, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist. Und viele Fahrräder sehen so aus, als hätten sie nicht gefühlsmäßig alles das, was man benötigt. Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht und haben ins Gesetz geschaut. Und hier ist vor allem die Fahrradverordnung, das ist eine spezielle Verordnung, die da einschlägig ist und die sagt, was ein Fahrrad braucht. Ich fasse es kurz zusammen. Man braucht einmal eine Bremse, eine funktionierende, also zwei Bremsen wohlgemerkt, eine Vor- und eine Rückbremse. Man braucht einen Klingel, man braucht weiße, nach vorne wirkende Rückstrahler, man braucht rote, nach hinten wirkende Rückstrahler, man braucht Rückstrahler an den Pedalen und man braucht entweder Reifen, deren Seitenwände reflektieren oder man braucht die sogenannten Katzenaugen, die dann eben in den Speichen verankert sind, die dann eben reflektieren. Und gibt es irgendwie spezielle Regelungen für E-Bikes oder für Lastenräder, für Rennräder? Na, da muss man sich einmal fragen, was ist ein E-Bike jetzt? Und viele sind ja jetzt schon mit E-Bikes unterwegs und nicht einmal langsam. Und jetzt haben wir uns das natürlich auch angeschaut. Ein E-Bike ist ein Fahrrad sozusagen, das einen Motor hat und dessen Nenndauerleistung des Motors 250 Watt nicht übersteigen darf. Die Nenndauerleistung ist die Leistung, die über einen Zeitraum von 30 Minuten dauerhaft abgegeben werden kann, im Gegensatz zu der Maximalleistung. Und außerdem darf das E-Bike eine Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 kmh betragen. Das heißt, wenn jetzt du oder ich, wenn wir auf der Straße mit dem Fahrrad unterwegs sind und dann kommt ein E-Bike-Fahrer mächtig schnell daher und überholt uns und nehmen wir an, wir sind nicht totale Schnecken, dann hat der vielleicht bei seinem E-Bike ein bisschen nachgeholfen und er fährt vielleicht ein bisschen schneller als 25 kmh. Das wäre dann aber eigentlich ein Moped. Und es würden die gesetzlichen Bestimmungen und Voraussetzungen erfüllt sein müssen, die für Mopeds gelten. Und nur der Vollständigkeit halber, ein Moped ist einfach ein Motorfahrrad mit einem Hubraum, der bis zu 50 Kubikzentimeter hat und eine zugelassene Bauartgeschwindigkeit von maximal 45 kmh hat. Also wie man Gas gibt, ist egal. Ob man jetzt mit der Hand Gas gibt, wie beim Motorrad eben, oder ob einfach nur das beim Treten verstärkt wird über den Motor, ist ganz egal. Also grundsätzlich muss man ja, wenn man es ganz, ganz, ganz genau nehmen will, unterscheidet man ja entweder ein E-Bike und ein Paddle-Lag. Und ein E-Bike ist was, wo das von alleine fährt, sozusagen mit Motorleistung und ein Paddle-Lag, da muss man treten und die Tretleistung wird unterstützt. Und Lastenräder und Rennräder? Lastenräder, für die gilt an und für sich dasselbe wie für Fahrräder. Das ist ja eigentlich ein Fahrrad, das konzipiert ist, dass man eben Lasten mit befördern kann. Da ist entweder, das hast du sicher schon gesehen, da diese Frontlastenträger, wo das vorn drauf ist und dann, oder auch hinten, oder wo auch immer die befestigt sind. Meistens sind es Körbe oder eben so Vorrichtungen, wo man was mitnehmen kann. Die müssen dasselbe können, was ein Fahrrad kann. Und dazu dürfen sie aber, und das gilt auch für Fahrräder, aber bei Lastenrädern macht es ganz besonders Sinn, wenn es ein mehrspuriges Rad ist, dann darf man es nicht mit mehr als, ich glaube, 250 Kilo beladen. Das ist sozusagen so eine Regel über die Schwere, über die zulässige Schwere. Interessanterweise, wenn es ein Spurig ist, gibt es keinen Maximalgewicht. Also wenn du ein Spurig ein, was kann man transportieren, was mehr als 250 Kilo hat? Da fällen wir jetzt auch gerade nicht. Vielleicht ein halbes Auto. Ein Elefanten, ja. Ein Elefanten, genau. Wenn du einen Elefanten als Haustier hast, oder ein sehr, sehr verfressenes Alpaka, aber die meinten wirkt gar nicht so viel, ja. Aber wenn du zu Hause einen Elefanten hast, und der muss zum Tierarzt vielleicht besser mit einem einspurigen Gefährt transportieren, weil mit einem mehrspurigen Fahrrad hast du eben diese 250 Kilo. Jetzt hast du auch noch gefragt, was mit Rennrädern ist. Rennräder müssen bestimmte Dinge eben nicht haben, was ein Fahrrad haben muss. Rennräder müssen keine Klingel haben. Also du wirst auf keinem Rennrad jemals eine Klingel sehen. Also außer Personen, die sehr, sehr vorbildlich unterwegs sind. Du brauchst keine Rückstrahler. Du brauchst keine Rückstrahler an den Pedalen. und du brauchst auch keine Katzenaugen. Also das heißt, wenn ich mit meinem Fahrrad aufgehalten werde und ich habe das alles nicht, sage ich einfach, es ist ein Rennrad. Na, ein guter Versuch wäre es. Aber leider sagt er auch das Gesetz, was ein Rennrad ist. Gewicht, klar. Das darf jetzt nicht an so einem... Rennräder sind normalerweise relativ leichte Fahrräder. Das sind Sportgeräte sozusagen. Der Rennlenker eh klar, der gebogene. Der Felgendurchmesser ist auch klar. Das ist der Durchmesser. Die Felgenbreite ist bei der Felge unten, wo der Mantel aufsetzt sozusagen. Also diese 23 Millimeter von dieser Felgenbreite dürfen auch nicht überschritten sein. Aber wenn das alles erfüllt ist, braucht man eben diese Dinge nicht, die ich vorher hatte, insbesondere eben auch eine Klingel nicht. Und in der Nacht darf man trotzdem fahren, auch wenn man kein Licht hat? In der Nacht brauchst du ein Licht. Licht, das ist einmal auch für das Rennrad geltend. Aber bei Tageslicht und guter Sicht brauchst du es nicht mehr. Okay. Und es sind ja auch immer mehr mit Anhängern unterwegs. In Wien vor allem sehe ich immer wieder viele Menschen mit Anhängern, ob jetzt mit Kindern oder mit Haustieren, Alpakas, Elefanten. Was gibt es für Anhänger, so viele Regelungen? Auch da sagt uns das Gesetz, was ein Anhänger alles können muss. Es ist erstaunlich, wie reglementiert das alles. Was eigentlich ist. Ich habe mich selber gewundert, dass das eigentlich alles, dass man da wirklich im Gesetz was findet. Und zwar sagt er auch wieder die Fahrradverordnung, dass ein Fahrradanhänger eine vom Fahrrad unabhängige Lichtanlage haben muss. Es muss ein rotes Rücklicht haben. Es muss vorne ein weißer und hinten ein roter Rückstrahler drauf sein. Es müssen gelbe Rückstrahler auf den Seiten sein. Also das habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Und Anhänger, die breiter als 60 Zentimeter sind, also so breitere Anhänger eben, die müssen zwei Rücklichter und zwei weiße und zwei rote Rückstrahler haben. Und die müssen so befestigt sein, dass man sieht, dass das Ding breit ist. Also die müssen dann quasi dementsprechend weit voneinander befestigt sein. Und was auch wichtig ist, Fahrradanhänger müssen einachsig sein. Also keine zweiachsigen Anhänger sozusagen. Also keine so riesen Dinger. Und es muss eine Radblockiereinrichtung vorhanden sein, die auf beide Räder wirkt. Von der Länge her steht im Gesetz nichts. Also theoretisch könnte es auch ein ganz schön langer Anhänger sein. Und Wimpeln oder Fahnen oder so braucht man nicht unbedingt? Das mit den Wimpeln ist so eine spannende Sache. Wenn man auf der Donauinsel unterwegs ist, was ich ja manchmal mache, dann sehe ich schon öfter mal Fahrräder mit Anhängern und Wimpeln. Und da sitzen Kinder drinnen. Und ich habe mir immer gedacht, das ist zum Spaß. Oder dass das Kind was zum Schauen hat oder so. Aber nein, es ist wirklich eine gesetzliche Bestimmung. Es gibt nämlich Sonderregeln für Anhänger mit Kindern. Und unter anderem oder insbesondere ist es wirklich so, dass im Gesetz steht, dass man eine mindestens 1,5 Meter hohe biegsame Fahnenstange mit einem leuchtfarbenen Wimpel montieren muss. Nur wenn man Kinder mit hat? Nur wenn man ein Kind mit hat. Was gilt noch so fürs Mitführen von Kindern? Naja, man sollte immer super gut aufpassen, weil Kinder sind die Zukunft. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, auf jeden Fall ist es ganz wichtig, wie alt das Kind ist. Weil Kinder unter zwölf Jahren eine Helmpflicht haben. Das heißt, egal ob das Kind selber mit dem Rad auffährt oder ob man es mit hat, es muss unter zwölf Jahren einen Helm aufhören. Also ein 13-Jähriger braucht eigentlich gar keinen Helm mehr. Das heißt, Erwachsene brauchen keinen Helm tragen, die, wer jetzt nicht sonderlich Wert auf seine Gesundheit und sein Wohlbefinden legt und sich lieber die Luft um die Ohren wehen lässt, braucht keinen Helm. Aber Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr, also auf Deutsch bis sie zwölf sind, brauchen einen Helm, wenn sie selber Rad fahren, mit dem Fahrrad mitgeführt werden oder mit einem Fahrradanhänger mitgeführt werden. Und wo auf dem Fahrrad überall darf man die Kinder mitführen? Also es gibt ja hinten einen Gepäckträger zum Beispiel, also einen Kindersitz auf der Höhe des Gepäckträgers. Könnte man sie auch vor sich irgendwo montieren? Habe ich auch schon mal gesehen. Ja, also in Österreich, glaube ich, habe ich das auch schon gesehen, wenn man jetzt ein bisschen weiter in den Osten geht oder in den Südosten oder in Asien. Die fahren ja da mit Kindern und Tieren und mit allem auf dem Fahrrad und auf dem Moped herum. Also so, glaube ich, ohne es zu wissen, wie es dort im Gesetz steht. Bei uns würde ich jetzt nichts wissen, was dagegen spricht, aber es muss ein Fahrrad sein, das zum Transport für Personen, zum Mittransport für Personen ausgerichtet ist und quasi die Möglichkeit bieten, dass man ein Kind dort platziert. Ist es eigentlich erlaubt, nur am Gepäckträger hinten drauf jemanden mitzunehmen? Ein Kind oder eine Freundin? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und wieder lohnt sich der Blick über die Grenze. Ich war ja einige Zeit auch in Holland tätig. Im Holland fährt man praktisch ja nur am Gepäckträger mit. Und da hat er kein anderes Rad als so ein Gepäckträger. Ich glaube, dass im Gesetz steht, und ich bilde mir ein, das gelesen zu haben, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter, ob es jetzt acht Jahre oder zwölf Jahre ist, so genau sicher bin ich mir nicht, aber die brauchen einen speziellen Sitz. Das würde für mich aber bedeuten, und so sind die Gesetze ja meistens gemacht, dass wenn etwas so deutlich darstellt, dann kann man sagen, im Umkehrschluss Menschen über acht Jahre brauchen keinen speziellen Sitz. Und das wäre jetzt eigentlich meine kecke Antwort auf die Frage. Na gut zu wissen, ja. Wie ist es eigentlich mit selber fahren? Wenn Kinder eben unter zwölf Jahre alt sind, brauchen sie einen Fahrradführerschein, glaube ich, oder? Grundsätzlich muss man zwölf Jahre alt sein. Wenn man unter zwölf Jahre ist, darf man auch fahren, aber man muss jemanden mit haben, der mindestens 16 Jahre alt ist. Und ganz besonders toll ist es, wenn man neun Jahre alt ist und man besucht die vierte Schulstufe, oder man ist zehn Jahre, dass man dann quasi schon den Fahrradführerschein machen kann. Da gibt es dann ein bisschen einen Praxistest, glaube ich, mich erinnern zu können, wie ich da so stolz den Errungen habe. Und dann kriegt man den so ganz stolz ausgestellt und dann kann man eben schon in dem Alter. Und der gilt dann so lange, bis man zwölf Jahre alt ist? Ich glaube schon. Also ich glaube, der gilt dann so lange, bis man zwölf Jahre alt ist, weil nachher braucht man ja nicht mehr. Aber natürlich wirft man den nicht weg. Das ist ein Stück, das man ewig in Erinnerung hat. Die erste Errungenschaft sozusagen. Jetzt haben ja viele schon sehr, sehr früh ihr erstes Fahrrad, bzw. wir fahren schon sehr früh mit dem Fahrrad, mit einem Lauflernrad, was ja noch keine Pedale hat. Was gilt alles fürs Lauflernrad? Muss das auch ein Licht haben oder wie schaut das aus? Naja, da geht es ja schon mal los. Jetzt haben wir vorher gesagt, was ein Fahrrad haben muss, damit es quasi im Straßenverkehr als Fahrrad gilt. Und du hast ja jetzt selber schon gesagt, diese Laufräder, die haben ja meistens nicht wirklich alles das, was man so braucht. Also die, die ich zumindest so gesehen habe. Und das ist deswegen so, weil ein Laufrad vom Gesetz eigentlich als Spielzeug eingestuft wird. Ein Lauffahrrad ist rechtlich gesehen ein sogenanntes fahrzeugähnliches Spielzeug. Und bestimmte Dinge, also darf man mit dem Laufrad zum Beispiel nicht machen. Also man darf nicht im Straßenverkehr mit dem Laufrad unterwegs sein. Aber, das ist der schlechte Tropfen, der gute Tropfen ist, man darf mit dem Laufrad ganz wild am Gehsteig herumfahren, solange man keine anderen Verkehrsteilnehmer dabei beeinträchtigt oder stört. Das heißt, das Gute ist, die Kinder können mit dem Laufrad sich ordentlich austoben am Gehsteig zum Beispiel, müssen halt aufpassen, dass sie niemanden über den Haufen fahren. Müssen keinen Helm aufhaben, sollten aber natürlich. Helme sind immer eine gute Geschichte. Also weiß ich aus Erfahrung von diversen Fahrradstürzen schon. Ja, ich habe es noch nie bereut, einen aufgehabt zu haben. Um dem K&K-Stadthalter Erich Graf Kielmannseck für die neue Fahrradverordnung zu danken, feierte das Künstlerhaus am Karlsplatz in Wien am 13. Februar 1897 ein großes Fahrradfest mit dem Titel Allheil, dem Radfahrergruß. Die Verordnung regelte die Ausstattung des Fahrrads und erlaubte erstmals das Radeln auf den Straßen Wiens. Die Wiener Zeitung schrieb an dem Tag nach dem Fest im Foyeton. So hat denn das geflügelte Stahlrad auch das Haus der Kunst erobert. Die moderne Fußfertigkeit, recht ein Sinnbild unserer flüchtigen, hastenden Zeit, hat begeisterte Adepten gefunden in der fröhlichen Künstlerrepublik. Die Künstler unter den Fahrern und die Fahrer unter den Künstlern hatten sich ihren Sonntagschnass und Extraspaß zugerichtet, um das Missvergnügen des Winters durch frohe, holde Täuschungen zu bannen. Pinsel, Stichel, Meisel haben sich in einträchtigem Ton zusammengefunden zur höheren Ehre des Rades. Dem Farben- und Tönenrausch macht erst der nüchterne Morgen ein Ende. Auf den erwachenden Straßen läuten die Glockenradfahrer der Frühaufsteher den jungen Tag ein. Wie ist das, wenn man besonders schnell unterwegs sein möchte und vielleicht sich die Gelegenheit bietet, im Windschatten entweder von einem anderen Fahrrad mitzufahren oder von einem Auto mitzufahren? Ist das erlaubt? Naja, Windschatten ist so eine spannende Geschichte und vor allem interessant für die Rennradler. Weil das ist eine beliebte, gängige Art, sich fortzubewegen, ganz knapp sozusagen hinter dem Vordermann auffahrend. Im Wesentlichen sparst du viel Energie, du kannst 20% weniger Leistung brauchst du da, um die Geschwindigkeit aufrecht zu halten. Jetzt gibt es aber in der Straßenverkehrsordnung eine Bestimmung und die sagt, die regelt das hintereinander fahren. Und die sagt, man muss so hintereinander fahren, so als Verkehrsteilnehmer, das gilt also auch für Radfahrer, dass man rechtzeitig bremsen kann. Ja, jetzt machen das die ganzen Rennradfahrer aber nicht. Und ich habe mich auch selber schon interessiert, bin auch ein Rennradfahrer, habe mich selber schon interessiert gefragt, ob das jetzt eigentlich ziemlich illegal ist, was ich da mache. Und nein, interessanterweise, es ist nicht illegal. Es gibt da sogar eine oberstgerichtliche Rechtsprechung zu dem Thema. Und zwar sagt man, wenn ich jetzt mit jemandem Fahrrad fahre und ich fahre ihm hinten auf und wir haben einen Konsens. Also wir sagen, okay, wir finden es okay, dass wir so fahren. Er findet es okay, dass ich ihm hinten auffahre und ich finde es okay, ihm aufzufahren und wenn wir dann wechseln wollen, machen wir das umgekehrt sozusagen. Dann ist es ein sogenannter Trainingskonsens. Und dann können wir, dann hebeln wir dieses Gesetz, diese gesetzliche Bestimmung des hintereinanderfahrens quasi auf. Und somit ist es nicht illegal, wenn die Rennradler quasi, und wie du sie ja die ganze Zeit siehst auf der Donauinsel oder auch sonst wo auf allen möglichen Radwegen und Landstraßen hintereinander fahren, weil es halt einfach eine lustige Geschichte ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, im Verhältnis zu anderen Verkehrsteilnehmern gilt das nicht. Das heißt, wenn wir zwei jetzt, mein Rennradpartner zum Beispiel jetzt, und wir bauen einen Unfall und ein anderer kommt dadurch zu Schaden, dann können wir nicht sagen, wir sind da erlaubterweise Windschatten gefahren, also wenn Windschatten die Ursache des Unfalls war sozusagen. Dann kann der sagen, das gilt für mich nicht, weil ich habe ja keinen Konsens mit euch. Und somit ist es dahingehend ausgehebelt. Die spannende Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn ich jetzt mit meinem Freund bin und wir haben uns abgesprochen, dann ist es ja klar, okay, wir fahren der Windschatten. Aber es ist doch sehr oft so, dass man auf der Donauinsel fährt oder eben auf einem anderen Radweg und es fährt einer auf und klemmt sich in den Windschatten. Oder selber will man sich in den Windschatten klemmen, ganz besonders, wenn es Gegenwind herrscht und dann ist er wirklich schier zum Fahrradfahren. Also versucht man da ein bisschen sich zu verstecken. Dann kann man sagen, eigentlich juristisch, das ist so ein stillschweigender Konsens, wenn der eine hinten auffährt und der andere es merkt und sagt, okay, du darfst halt hinten auffahren. Aber ganz klar, wenn man das jetzt nicht möchte als Fahrradfahrer, dass jetzt jemand sozusagen das genießt, würde ich ein deutliches Handzeichen geben und würde sagen, ich würde signalisieren, dass ich da will, dass der einen Abstand macht. Weil dann ist ganz klar, dass da kein Trainingskonsens herrscht und wenn es dann einen Unfall gäbe, dann ist der andere schon schuld, sozusagen. Weil man hat ja nicht zugestimmt, dass er es macht. Und was ist, wenn meine Windschattenpartnerin eine Autofahrerin ist? Dann musst du eine sehr, sehr schnelle Fahrradfahrerin sein. Aber dann müssen wir mal miteinander fahren. Zu Trainingszwecken jetzt, wenn man den Gedanken spielt, wenn deine Autofahrerin mit dir das machen will und sie fährt 30 und du bist auch superflott unterwegs und fährst auch 30, gilt dasselbe. Da dürfte eigentlich, wenn man das Gesetz wiederum, interpretiere ich das Gesetz und die Rechtsprechung, dürfte nichts anderes sein. Nur wenn die Autofahrerin dir dann zeigt, Abstand, oder wenn klar ist, ihr seid nett miteinander in irgendeiner Trainingsgemeinschaft, dann würde ich an deiner Stelle schon den Abstand einhalten. Und darf ich dann theoretisch mit der Autofahrerin telefonieren? Klar darfst du, wenn du dazu eine Freisprecheinrichtung verwendest. Da gilt das selber wie beim Autofahren. Du darfst während dem Fahrrad eigentlich nicht mit dem Handy in der Hand telefonieren. Auch das ist strafbar. Du brauchst eine Freisprecheinrichtung. Wenn du die nicht hast und telefonierst, dann zahlst du 50 Euro. Das wäre eine sogenannte anonym Strafverfügung oder ein Organmandat, das du da kriegen kannst. Und was ist das genau? Ein Organmandat ist eine Strafe, die man kriegen kann von einem Organ der öffentlichen Aufsicht, also im Wesentlichen Polizisten, wegen bestimmter Verwaltungsübertretungen, die diese wahrnehmen oder die man diesem gegenüber eingestanden hat. Also eben zum Beispiel telefonieren während dem Fahrrad fahren. Wenn der das sieht, dann kann er dich aufhalten, kann er sagen, du, habe ich dich gesehen beim Telefonieren am Fahrrad. Du sagst, dummerweise meine Freisprecheinrichtung nicht dabei, sagt er, ja, das kostet. Und dann gibt er dir ein Organmandat und du bezahlst das. Wenn du es gleich bezahlst, dann ist das Problem erledigt. Wenn du es nicht bezahlst, dann gibt es dagegen kein Rechtsmittel. Aber nach zwei Wochen, also wenn du es innerhalb von zwei Wochen nicht bezahlst, kann dann der Polizist eine Anzeige erstatten und dann kommt es zu einem Verwaltungsstrafverfahren. Und wie ist es, wenn mich jetzt jemand ganz schlimm schneidet beim Fahrradfahren, ich wirklich fast zu Sturz komme oder was auch immer, darf ich ihn dann schimpfen oder den Mittelfinger zeigen, einfach weil das ganz, ganz eine gefährliche Situation war und ich mich maßlos ärgern muss? Beim Radfahren, da kann einem schon mal der Mittelfinger auskommen. Das ist durchaus absolut verständlich. Aber die Frage ist ja jetzt, was passiert einem? Oder kann einem was passieren? Die Tatsache ist, dass ein Schreien so irgendwie du Arsch oder du Trottel oder so oder in dem Fall auch ein Mittelfinger, ist ja eigentlich nichts anderes, ist nach dem Gesetz eine Beleidigung. Und wenn man das öffentlich macht oder vor mehreren Personen und mit mehreren Personen meint man, es müssen mindestens drei gesehen haben, also abgesehen von dir und dem Autofahrer jetzt in der Szenarie mindestens drei andere, dann rein theoretisch, könnte der dann sagen, okay, ich zeige dich jetzt an, du hast mich öffentlich beleidigt. Allerdings, wenn das Szenario so ist, wie du das geschildert hast, du kannst ja eigentlich gar nicht anders, wenn im Straßenverkehr, da kommt einer und schneidet dich, ich meine, man muss sich ja irgendwie zu helfen wissen und sich wehren, da gibt es eine Ausnahme und man kann sagen, okay, wenn das wirklich sofort passiert, wenn das sofort als Gegenmaßnahme gesetzt wird, der Retour-Stinkefinger sozusagen, dann ist es entschuldigt, wenn es begreiflich ist, wenn es begreiflicherweise passiert, also wenn man es klar ist, dann muss man sich super ärgern, ich verstehe dich total, aber es muss sofort passieren und man darf nicht das irgendwie sich nachdenken, man muss das so quasi sofort im Affekt machen, dann hat man eine Chance, dass man wegkommt. Allerdings empfehlenswert ist es natürlich nicht, weil es bringt einem ja eigentlich nur momentane Befriedigung. Jetzt ist es ja so, dass beim Rechtsabbiegen bei Roter Ampel es vor kurzem eine Änderung für RadfahrerInnen gab und seit wann gilt da jetzt was genau, bitte? Ja, das ist auch eine ganz, ganz spannende Sache, die ich auch recherchiert habe. Normalerweise muss man doch bei einer roten Ampel stehen bleiben, zumindest hätten wir es so klärt, aber seit neuestem, und mit seit neuestem meine ich mit einer Novelle von der Straßenverkehrsordnung, Ende 2022, ist Rechtsabbiegen bei Rot für Fahrräder erlaubt. Aber da muss man aufpassen und zwar nicht bei jeder Ampel und das heißt, es ist jetzt keine gute Idee, quasi sich bei einer roten Ampel mal hineinzutasten in die Kreuzung und schauen und nichts kommt und dann schnell abbiegen und habe nur geschaut sozusagen. Das gilt nur bei bestimmten Kreuzungen, wo so eine Hinweistafel angebracht ist. Also da gibt es spezielle Hinweistafeln, die das Abbiegen rechts bei Rot für Fahrradfahrer erlauben. Und außerdem natürlich muss man stoppen, also man darf dann also irgendwie reinrollen oder so und den Schwung mitnehmen, was auch nachvollziehbar ist bei bestimmten Gefällelagen sozusagen. Sondern man muss stoppen, man muss sich vergewissern, dass auch echt wirklich sicher nichts kommt und dann darf man eben bei diesen Kreuzungen, wo diese Hinweisschilder montiert sind, abbiegen. Okay, und wenn dann die Ampel, sagen wir, wie gesagt eben rot ist und es passiert ein Unfall, ist man dann schuld, weil man nicht geschaut hat oder weil man bei Rot über die Ampel gefahren ist? Da ist man dann schuld, wenn man nicht geschaut hat, weil man darf ja fahren. Man darf ja fahren, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Also erstens einmal, noch einmal, nur wo so ein Hinweisschild ist. Also nicht, dass unsere Hörer und Ihnen jetzt sich in jede Ampelkreuzung reinhauen, als gäbe es kein Morgen. Also es muss wirklich dort sein, wo so ein Schild ist. Ich glaube, in Wien gibt es schon ein paar an bestimmten Kreuzungen. Ich habe noch keine gesehen, aber die gibt es schon in Wien auf jeden Fall. Und wenn dort so ein Schild ist, dann muss man auf jeden Fall stehen bleiben. Das ist auch so wie ein Stopptafel. Da muss man stehen bleiben, schauen und kommt nichts. Und dann kann man fahren. Wenn ein Unfall passiert und man hat das alles gemacht, dann hat man Pech gehabt, glaube ich. Aber wenn man geschaut hat und bei Stopp stehen geblieben ist und das alles gewissenhaft gemacht hat, dann darf eigentlich nichts passieren. Jetzt gehen wir mal ein bisschen raus aus Wien. Wie ist das so auf Forstwegen? Darf man da mit dem Fahrrad fahren? Das ist auch eine wirklich exquisite Frage, die sehr viel Diskussionen auslöst in diversen Radfahren. Und zwar ist es so, und ich habe mich da auch erst schlau machen müssen, ich habe da auch eigentlich ganz was anderes geglaubt. Es gibt das sogenannte Forstgesetz und im Forstgesetz steht drinnen, dass man quasi auf Forstwegen und im Wald und so treiben darf. Und man darf auf jeden Forstweg gehen, außer es steht dort Lebensgefahr betreten, verboten und so was. Man darf den Wald betreten und auf den Forstweg betreten und alles. Aber man darf ihn nicht befahren. Und das gilt auch für Fahrradfahrer. Das heißt, Forstwege dürfen nur befahren werden, wenn dort ausdrücklich steht, man darf ihn befahren. Das ist jetzt ganz anders als in Deutschland zum Beispiel, wo ich mich auch hin und wieder herumtreibe. Dort muss ausdrücklich stehen, dass man es nicht darf. Das ist vermutlich eine Haftungsfrage, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Das klingt so. Weil im Forstweg stürzt man leichter. Das klingt nach Haftung und Geld und Waldbesitzern und Forstwegbesitzern, die das nicht auf sich nehmen wollen, ja. Wenn man jetzt von Heurigen am Land zum Beispiel nach Hause möchte, man ist mit dem Fahrrad gekommen, ist aber nicht mehr ganz nüchtern, möchte schnell nach Hause, sollte man da das Rad besser schieben? Ja, wahrscheinlich am besten das Licht abdrehen und nicht bremsen und damit einem keiner sieht und damit man schnell ist. Na, das ist natürlich absolut nicht zu empfehlen, was ich gerade da mich ertreistet habe. Du hast es gesagt, ja. Also auch im Fahrrad, Straßenverkehr gilt das Alkoholverbot und auch hier gilt eine Alkoholgrenze von 0,8 Promille und wenn man über diese 0,8 Promille ist, das ist je nach, keine Ahnung, vielleicht ein Wein oder zwei Weine, aber schieß mich nicht tot, wenn ich das jetzt falsch habe, ja. Und man wird erwischt, dann kann es richtig teuer werden, dann kann man zwischen 800 und 3.700 Euro Strafe zahlen dafür. Also das ist ganz schön gewaltig und da ist es wohl wirklich am besten, man steigt ab, genießt den lauen Abend und schiebt sein Rad, denn wer sein Fahrzeug liebt, der schiebt. Also am besten doch nach Hause schieben. Wir haben geschoben danach. Ja, wir werden jetzt auch nach Hause gehen, weil wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Danke, lieber Anton, dass du uns da wieder so sehr geholfen hast und viel erklärt hast, was eben das Rechtliche zum Thema Radfahren betrifft. Dankeschön.